Nun, als Frau Politikwissenschaftlerin zu werden, ist etwas ungewöhnlich, vor allem noch in meiner Generation. Und ich muss gestehen, es gab keine Vorbilder, weder in der Politik noch in der Politikwissenschaft, die mich hier ermutigt hätten, sondern es war eher der Wunsch und auch das Interesse daran zu verstehen, wie Menschen politisch handeln, wie politische Ordnungen funktionieren. Ich war in meiner Jugend Schülersprecherin und später in allen Funktionen auch selbstpolitisch aktiv, aber mich hat eben auch interessiert, in welcher Weise man dieses politische Handeln wissenschaftlich untersuchen kann. Insofern noch immer ein starkes Interesse an Fragen der politischen Partizipation bei mir.